Du, hast du mal kurz Zeit? Was ist denn jetzt schon wieder los? Du weißt ja, ich habe ja letztens das Schlafzimmer bestellt. Jetzt sind die Sachen endlich da und würde die gerne aufbauen. Und was habe ich damit zu tun? Ja, ich brauche deine Hilfe. Du bist ja geschickt, du bist der Handwerker im Haus. Ich denke mal, dass du das schneller hinbekommst. Okay. Echt jetzt? Ja, natürlich nicht, Mann. Ich hätte mich auch gewundert, wenn du mal Ja gesagt hättest. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du siehst doch, ich bin gerade beschäftigt. Du bist beschäftigt, Alter. Du schaust dir gerade ein YouTube-Video an. Das ist deine Beschäftigung? Alter, nebenan ist Chaos. Ich will endlich mal meine Klamotten einräumen. Kannst du bitte mal helfen? Nee, ich habe da keinen Bock drauf. Wie, du hast keinen Bock? Ich dachte, wir sind Freunde. Freunde helfen sich doch gegenseitig, oder? Ja, klar. Aber erst morgen. Wie jetzt? Übertreibst du doch nicht, Mann. Lass uns doch mal schnell machen. Jaja, schnell. So was dauert drei bis fünf Stunden, Alter. Das geht nicht einfach mal so. Zack. Ja, dann sind es drei bis fünf Stunden. Und dafür hast du dann morgen frei. Genau. Weil ich morgen frei habe, mache ich es auch morgen. Also, jetzt lass mich bitte in Ruhe. Ey, weißt du was? Bleib sitzen. Wir machen es morgen. Ey, ich habe echt keinen Bock mit dir, jedes Mal darüber zu diskutieren. Viel Spaß beim Video gucken, Mann. Tschüss. 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 Tschüss.